Was geht YouTube? Chris hier, zurück mit einem neuen Escape from Tarkov Video und heute mit einem Raid aus meinem fast 24-Stunden-Stream vor anderthalb Wochen und einem Raid, den ich wahnsinnig interessant finde. Leider habe ich ihn nicht aufgezeichnet, sodass wir ein bisschen schlechtere Qualität haben, weil ich die Twitch-Aufzeichnung hernehmen muss. Aber ich fand den Raid einfach wahnsinnig interessant, weil jeder Kill, den ich in dem Raid gemacht habe, eben auf mein Gehör zurückzuführen ist. Und da wir erst vor kurzem über gute Kopfhörer geredet haben, ist es, glaube ich, ein ganz gutes Anschlussvideo dafür. Das Video über die Kopfhörer blende ich euch jetzt rechts oben ein, falls ihr das verpasst haben solltet. Und ja, versucht doch mal, setzt eure Kopfhörer auf während des Videos und versucht nachzuvollziehen, was ich gehört habe und schaut, ob ihr das ebenfalls gehört hättet. Wäre vielleicht ein ganz interessanter Test für eure Kopfhörer. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein. Mal schauen mal, ob ich eine Raid überlieb. Noch ein Raid, ne? Ich habe zwei überliebt. Mal schauen, ob ich das... Okay. Macht gar nicht schlecht. Ähm... Ja, genau. Oh, das sind zwei, das sind zwei, das sind verfickte zwei. Oh, das sind zwei, das sind zwei. Das war mir klar, dass ich hier eingekesselt werde. Nein, Leute. Okay. 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 Let's see. die sau mein krill gelootet so Scheiße. Scheiße. Ich habe das jetzt gerade eben gut gehört, nur bin ich mir nicht ganz sicher, ob nicht da hinten nochmal einer ist. Und dort wo ich die Nate hingeworfen habe, habe ich gemeint jemanden in den Büschen gehört zu haben. Ach du meinst ich habe die Magazine nicht erforscht. Ja das kann sein, ist recht. Jetzt gehen wir ganz kurz die anderen beiden Kills checken. Okay. 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 So absolut geiles Miststück. Okay. Okay. Wir müssen jetzt auf die Baustelle. und dort das Ding machen und dann weg hier. hoffen wir mal, dass sich die andere Seite gegenseitig aufreibt. Wie er nach drüben gebeamt ist man. Okay. 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 Oh, 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 oh. Alter, mein Freund. Du hast mich mit der SKS zugerichtet, ey. Oder war das die 5-7? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mal aufpassen, dass ich nicht die frischen Wunden wieder aufreiß. Ich werde wahrscheinlich sofort verrecken, sobald ich anfange zu verdursten, ne? Weil mein Oberkörper schon schwarz ist. Dann muss ich keuchen. Ich kann nicht noch Schmerzen benehmen. Die kosten mich wie viel? 17. Ich hab noch 19. Bisschen Glück. Natürlich nicht. Auf gar keinen Fallenkampf, der kleinste Streifschuss im Oberkörper und ich bin tot. Natürlich nicht. Ich darf nicht anfangen, Schaden durch die Hydration zu bekommen. Ich darf nicht anfangen, Schaden durch die Hydration zu bekommen. Ich darf nicht anfangen, Schaden durch die Hydration zu bekommen. Ich darf nicht anfangen, Schaden durch die Hydration zu bekommen. Ich darf nicht anfangen. Ich darf nicht anfangen, Schaden durch die Drogen oder die Frech 달ung zu bekommen. Wir holen Sie das zusammen. Dann ab objections, Schaden durch die Hydration zu bekommen. fifth garant. Untertitelung des ZDF, 2020